Nicht Traitor? Wie geht das eigentlich? Wie kann man Leute eigentlich aufhauen? Geil, Alter! Ey, wie kann man Leute eigentlich aufhauen? Das geht mit Magie. Wenn ich das möchte, dann kann man das. Wenn wir nicht dran denken und es anmachen, dann funktioniert das. Aber normalerweise ist es raus. Ich brauche mal eine Leiche hier. Penguin? Hast du Bock, mal kurz da oben runter zu springen zumal? Cool. Spring! Mach'n Backflip! Ne, runter! Willst du eh nur auf dem Kopf springen? Spring! Spring! Freyaa! Alle, wir fahren! Ich komme hier nicht durch, es brennt! Ich will euch helfen! Mann! Warum geht dieses Feuer halt nicht weg? Pinguin ist near death und ich will wissen warum. Achso. Hab' ihr deswegen gelacht? Die war eben hier, aber die ist nicht mehr hier, das ist das Problem. Warum snipest du jetzt auf jemanden? Ah ne, warst du gar nicht. Ui? Du hast einen Sniper? Doch natürlich, du hast einen Finger snipet. Aua. Du musstest nicht auf die AOG One-Shot machen. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Hat kein Schuss getroffen, ich habe sogar visiert. Jetzt sind wir ehrlich. Ach, 3 ist auch Traitor. Alter, das war glaube ich die beste Freeze-Nate ever. Bist du behindert? Was denn? Kein Schuss hat getroffen. Du hattest ganz viele Leichensprit. Gut. Es hat einfach keinen Schuss getroffen, obwohl ich auf dich gezählt habe. ...